Ja, hier sind das doch alle. Ihr habt vorher wieder ein Passwort vergessen. Ihr wollt aber nicht zum VR-Router gehen. Als erstes braucht ihr einen Route fürs Handy. Sonst könnt ihr jetzt nicht gucken. Tja, das macht ihr über KingRoute. Also es ist empfehlungswert, weil normalerweise muss man nur einmal tippen und zack, ist das Handy geroutet nach ein paar Sekunden. Dann gibt es noch eine andere. Ja, Checking, ja. So. Dann lehrt man sich WiFi-Manager unter. Route über Google Play Store. Über Play Store. WiFi-Manager Route muss man eingeben. Ähm, den Link werde ich auch in meiner Beschreibung dazu tun. Ja. Und dann kann man auch das Update machen. So, ähm, KingRoute muss man sich über AppToych unterladen. Das kann man sich über das Internet unterladen, wenn man AppToych. Das kann man sich über die